Der Treppe, ich weiß es nicht. Ja, tatsächlich. Laber. Bin ich gut. Hin. Gib Gas. So. Schön, 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 schön. Also ich mach jetzt hier mal eine Ankündigung. Wenn wir diese Insel hier nicht vor der nächsten Pinnchenrunde schaffen, trink mal zwei. Nein, nein. Die Runde ist in sechs Minuten, vielleicht fünf, ich weiß es nicht. Warte. Ja, das schaffen wir. Unter fünf Minuten? Nein! Du gibst eins dich jetzt. Hier waren wir doch schon. Ja und? Ich suche alles dreimal ab. Wir waren hier, glaube ich, überall schon. Scheiße, morgens folgst Trauertag. Wir tauchen da besoffen auch. Nein. Bis morgen früh, neun Uhr, sind wir fast wieder nüchtern. Irgendwann muss wirklich Stoß sein, weil ich muss nüchtern fahren. Stell dich nicht so an. Ja, schön, dass du alles kaputt gemacht hast. Du brauchst einen Fisch auf jeden Fall, um dir das hier zu schaffen. Hm. Ja, Fische ist lecker. Ich verzweifle. Wo könnten hier noch solche Scheiß-Dinger sein? In den Bäumen. Hier sind so viele Bäume, das muss doch in den Bäumen sein. Aber in den Bäumen hab ich doch schon überall geguckt. Warte mal. Irgendwo müssen die doch sein. Das ist mir auch klar. Oder braucht man gar nicht alle? Doch, doch, man braucht alle. Bei dem komischen Vorzeige-Video hatten sie auch nicht alle. Ja, aber man braucht alle. Das stand doch hier in dem Buch irgendwo. Oh, hier sind wir. Oh, hier sind wir. Oh, ne, keine Ahnung. Das stand grad im Intro, was man alle braucht. Jetzt ist das Flash-Cam-Mod. Ach, herrje. Die sind bestimmt unsichtbar. Geh mal von der Insel runter. Vielleicht sind sie auch gar nicht mehr hier. Wir müssen die anderen Inseln auch mal absuchen. Ich war doch gerade schon auf allen anderen wieder. Ja, trotzdem. Geh auf die kleine hier. Diese Zwischeninsel. Manuel, runter. Vielleicht ist hier noch was irgendwo. Nee, waren wir gerade aber auch schon. Ja, guck mal, ob wir das genauer haben. Ah, guck mal. Danke, Marvin, das hast du gut gemacht. Bin ich auch. So, jetzt fehlt noch eine, oder? Ich glaube, eine fehlt noch, ja. Ach, Mist. Die wird oben sein. Ich bin mir sicher, dass die oben ist, weil da war bisher nur eine. Hier war noch nicht so viel. Da war nur eine. Oder war hier überhaupt eine? Ja, unter der Brücke da gerade war eine. Ja, sie ist ja nur mal versteckt gewesen. Vielleicht auf der anderen Seite unter der Brücke noch mal. Na so, es könnte gut sein. Wir schauen mal. Alter, es ist gerade mal halb sieben. Wir geben uns eine Kante. Nein, es ist mitten in der Nacht. YouTuber nehmen immer mitten in der Nacht auf. Du hast aber recht. Also hier auf dieser Insel hier war auffällig wenig. Da war nur da oben, ne? Also hier so dieser Teich. Guck den Teich nochmal. Der Teich ist so auffällig irgendwie. Hier ist nichts. Ja. Ach, scheiße. Wir fangen gleich nochmal von oben an. Unter zwei Minuten. Gut. Ich will den Deathcounter in den Kommentaren lesen. Oder diesen Weg runter. Den haben wir auch noch nicht richtig abgesucht. Den Weg nach unten. Schau nochmal alles genau ab. Vielleicht ist irgendwo in so einer Ecke eins drin. Dass du runterspringen musst, dann hast du Kriegen sozusagen. Und dann stirbst du dabei oben. Das war ja auch ein wichtiger Hinweis, dass man sein Inventar behält. Muss du eigentlich später essen, oder muss ich? Hä? Muss du später essen? Sehe ich aus wie deine Hausfrau? Ja. Nein? So, also, da waren wir. Da waren wir. Da unten waren wir. Da waren wir. Auffällig wenig war auf der Insel mit dem Apfelbaum da. Naja, das stimmt schon. Warte mal, ich guck mal eben. Also unter der Map sieht man jetzt nichts. Auf Anlieb nicht. Nichts Auffälliges. In 40 Sekunden siehst du gleich noch weniger. Hm. Ach, scheiße. Diese Laterne hier ist... Die finde ich auch so auffällig. Kann man da irgendwie drauf? Ja, vielleicht. Das ist, glaube ich, kein Zufall, wie die aufgebaut ist. Man merkt, wir haben gar nicht viel vorher getrunken. Probieren wir uns mal von der Bank aus. Dann ist es aber schlecht aus. Nee, nee, das klappt nicht. Probieren wir uns mal vom Gänseblümchen. So wie immer in Real Life. Ja, Pindchenzeit. Cheers. Nochmal hier die Erinnerung. Trinkspiele sind für Erwachsene. Und keinesfalls empfehlenswert. Wir machen das aus rein wissenschaftlichen Interessen. Denkt immer diese Warnstilte. Der Alkohol kann süchtig machen. Dann ist da so ein Schild drauf mit seinem Gesicht. Und sie wollen doch nicht, dass ihr Kind so aussieht. Oder so ähnlich. Dieser Baum hier ist auch wahnsinnig auffällig. Achso, zahl mal wieder statt. Gibt es eigentlich eine Lösung zu dem Map? Irgendwann mal in dem Häuschen. Aber auch mal eins. Also so sah mein erstes Häuschen aber auch aus. Vielleicht in der Workbench? Ja, aber ich bin schon mal geschaut. Aber vielleicht irgendwo nochmal so ein Schalter oder ein Knopf oder so. Davon gehe ich aus. Ah, warte mal in hier. Hier könnte man guten Knopf verstecken. Also dann geht's direkt, würde es noch nach unten gehen, wo man eh schon ist. Ja, wer weiß. Vielleicht öffnet sich dadurch ja woanders noch eine Tür. Nee, die Redstone-Staltung müsst ihr eher sehen, glaube ich. Schlucki, die arbeiten hier komplett mit Command-Blocks. Glaubst du wirklich, dass die dann dafür damit aufhören? Ja. Ja, verdammt. Hier waren wir schon mal, ne? Ja, hier waren wir. Gucken wir mal die Decke richtig ab, weil gerade diese Ranken sollen eigentlich verwirken. Ich bin echt an Verzweifeln gerade. Wir nehmen ja erst 20 Minuten an dieser Stelle auf. Es ist alles gut. Okay, Feierabend. Ähm, ja. Boah, Scheiße. Du hast gesagt, es ist eine Rätsel-Map. Ja, ist es ja auch. Es ist kein Rätsel, die Dinger zu suchen. Vielleicht geht's ja auch noch mit anderen Aufgaben weiter. So, uns fehlt ein einziges Ding. Eins. In Zahlen. Eins. Das funktioniert eh nicht, der Befehl. Ach, verdammt. Stimmt. Gamebook musst du eingeben. Manuel. Das Spiel verarscht mich. Jetzt geht die Dinger suchen. Ich suche doch schon. Boah, wenn man auf deinem Bildschirm guckt, ist das voll verwirrend. So langsam finde ich das blöd. Ich finde dich auch blöd. Du kannst ja gleich gerne weitersuchen. Nee, nee. So, die Dinger hier finde ich auch ein bisschen auffällig, aber... Der ist aber nichts. Boah, der ist aber wirklich schwer. Der liegt jetzt gleich irgendwo mitten auf der Wiese rum. Pass auf. Vielleicht hat auch irgendein Tier das bei sich. Nee, glaube ich nicht. Also nicht, dass wir es dafür töten. Schaffst du es, von da oben auf den Baum zu springen? Oder da hochschwimmen oder so der Weise. Jetzt nicht weiter, ne? Nee. Lass das trotzdem mal offen. Vielleicht aktivieren wir damit noch irgendwas. Wer weiß. Ja, oder vielleicht muss man dann auch hier runterschwimmen, weil... Ich schwimme mal ein Stück da runter. Es ist auffällig, dass das nur hier runter geht, ne? Nee, ich schwimme mal runter. Okay. Nee, ich schwimme mal runter. Ja, nein. Dann geht das jetzt so schneller. Dann geht das jetzt so schneller. Hm. Nicht, fühl mal nach. Du musst spielen, guck gar nicht so. Du musst spielen, guck gar nicht so. Ach, Mann ey. Du musst spielen, guck gar nicht so. Aber das mit dem Baum müsste man mal probieren. Du von da oben auf den Baum drauf springen kannst, ja. Kann man von hier aus vielleicht noch irgendwas sehen? Boah, Alter, die Pulle ist bald halb leer. Hören wir noch ein paar mehr. Auf das Gravelhaus würde ich drauf kommen. Probier's mal. Auf den Baum nicht. Boah, wo ist das denn? Aber du wirst ja toll gefallen. Ja, gefallen kann ich. Was ein Scheiß, ey. Erst wird der Trump Präsident, jetzt so ein Mist. Das ist alles... Diese Welt geht unter. Ist vorbei. Oh, diese Welt geht unter. Toll, jetzt müssen wir auch noch GEMA gebührt sein. Aber die haben sich ja Gott sei Dank für YouTube soweit erledigt. Das ist doch... Nee, nee, nur die Spergung in Deutschland hat sich erledigt. Teilweise. Hm, das kann doch nicht sein, wir haben alles abgesucht. Ich habe aber wirklich keinen Schnurr mehr, wo noch einer sein soll. Die Tiere töten man dir auch nicht. Doch, Aggression. Es ist ein dober Block. Also ich hätte mir diesen Map hier einfacher vorgestellt. Nicht schwerer, aber es ist der eine... Jetzt such, such, Velbrock, such. Ich such da auch gar nicht. Lauf, Velbrock, Lauf, bock. Da oben war es jetzt auch schade. Guck mal nach dem Knopf vielleicht. Hm. Vielleicht, wenn du den Fisch einem Eisbären gibst, gibst du dir ja vielleicht aus Dankbarkeit scheißt der so einen Block aus. Ja, aber hier ist kein Eisbär. Nee, da ist überall nichts. Ich weiß wirklich nicht, wie das gehen soll. Ein Melöden wird überfordert. Mist ist shit. Ich verstehe es gerade wirklich nicht, wo dieser Block sein soll. Ach, verdammt, ey. Wir werden ihn niemals finden, es ist soweit. Also irgendwie läuft das Spiel gerade für uns echt scheiße. Scheiße, das ganze Acht-Insel. Ich glaube, das ist tödlich. Wenigstens geht das runter wie Öl. Ja, da hätte ich aber mittlerweile doch lieber Öl. Was bist du denn für ein Weichei? Ich fahr morgen noch. Ja, und? Dann läufst du halt. Okay, wir laufen noch morgen, ist gut. Komm schon, die 20 Kilometer. Und das Schlimme ist, der Timer läuft schon lange, Fiet. Vielleicht sollten wir uns auf 10 Minuten einigen. Wir gehen jetzt nochmal diese Insel hoch. Wir fangen jetzt ganz oben an und gehen wirklich jeden Block für Block ab. Ach, warte mal, hier auf dieser Brücke können doch...